Moin Leute, willkommen! Jadbus Garage E-Shopper Das ist jetzt, ich gebe es offen zu, das ist ein Füllvideo. Weil ich werde jetzt die ersten Schritte Richtung enthubbeln. Ihr wisst ja, ich habe einen neuen Reifen gekriegt und am Montag werde ich jetzt diesen Reifen aufziehen lassen. Und hoffentlich passt das dann. Also ich baue jetzt die Kiste hier aus und dann zeige ich euch nochmal hier meine schönen Verbindungen. Da will ich nicht, wie es ganz in den Fake-Tank rein muss, um die eine Million Kilometer Kabel da rauszuziehen. Wir machen das ein bisschen schneller und wenn wir dann soweit sind, dann hole ich euch wieder rein. In Echtzeit. So, kurz das Stülchen reingeholt, damit er ein bisschen präsentabler wird. Bin ich überhaupt richtig im Bild? Ich hoffe. Wenn nicht, die Technik ist wichtiger. Oh, psa! So, Rad ist ausgebaut. Jetzt könnt ihr mal hier noch sehen, meine Hubbel-Abschleif-Versuche. Naja, das war ja, ne? So, aber was ich euch eigentlich zeigen will, weil es ja vielleicht in dem eigentlichen Video nicht so wirklich rausgekommen ist. Hier. Drei Solarstecker drangelötet. Einen handelsüblichen, ich sag mal, Kfz-Stecker drangelötet. Und ihr könnt das Rad ausbauen, wenn es denn mal sein muss, ohne das Kabel bis in den Replikentank zu verfolgen und da irgendwie loszumachen. Na? Das nur so als Tipp. So. Und jetzt kommt das Ding ins Auto. Dann geht es zum Reifendoktor und dann kriege ich einen neuen Reifen! Und dann hubelt es hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe. Also, später. So, ich bin jetzt vom Reifenmann. Ich habe jetzt meinen neuen Reifen aufgezogen. Hab den auch mal schon so ein bisschen so rumgerollt. Und ich bin guter Hoffnung. So, jetzt werden wir das Ding einbauen. Das wird mir dann ein Neid mehr werden. Und dann mache ich eine Probefahrt. Morgen früh geht es zur Arbeit und dann freu ich mich auf die erste Hubelfreie, erste Hubelfahrt. Auf die erste Hubelfreie-Fahrt. Und ich nehme natürlich mit. Aber erst mal baue ich das Ding wieder ein. Und dann machen wir auf... ... ... Das war's. 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 Oh, das fühlt sich schon gut an. Das fühlt sich schon gut an. Ich freu' mir. Ich freu' mir richtig jetzt. Jetzt darf die Rollersaison beginnen. Da muss ich halt noch ein paar Monate warten, ne? Wie's wieder schön Wetter hieß. Oh ja. So, und jetzt kommt der Audiotest. Das war's. Wir sind auf einer glatten Straße. Und ich mach mal einfach... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ein glücklicher E-Rollerbesitzer. Nein. Eigentümer. Wie heißt der schöne Spruch, er gibt kein Schlichtmittag, nicht nur schlechte Kleidung. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so ein hobefreier Tag, so schön, so schön. Oh, und der Blinkerschalter, der fliegt sich so geil an. Das ist eine ganz andere Nummer hier, wenn du stattdessen blinken, kann ich nur empfehlen, hauter keinen alten Blinker raus und den Blickerschalter raus und mach da den neuen rein. So, die erste Hubbelfahrt ist ab, Anti-Hubbelfahrt ist abgeschlossen. Supergeil, nach 500 Kilometern endlich mal, na, wo wir nicht, Hubbelfrei. Und ich muss sagen, Moment, ich zeige euch das mal kurz hier. Die Nummer mit dem Blinker, sehr geil, sehr geil, kann ich nur empfehlen. Ein Blinker, wo man endlich die Mittelrastung fühlen kann, ne, ich will ein bisschen raus. So, und das nächste, ich bin schon dabei, einen Gepäckträger zu bauen. Erstmal noch ein Prototyp und dann schauen wir mal, ne. Ihr dürft gespannt sein. Also, reingehauen. Wird mir jetzt noch einen schönen Burger holen und dann ist Feierabend. Tschüssi.